Hakuna Matata Muchachos! Wunderschönen Guten! Hello! Die Nüsschen seien poliert. Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege Ranked auf Villa unterwegs heute. Zusammen mit Nugi, Mabossa und Delta. Hello! Moin, Moin, Serous, Wiener. Spiele ich Mute? Bloß Mute. Gut. Aber mit Shotgun. Nee. Digga, du bist so ein Anti. Wir brauchen noch Breach Denier. Ja, wir brauchen noch Shotgun für die ... Oh, Solis mit Shotgun? Ich spiele Solis Shotgun, klar. Oha. Alter. Dann braucht man die Contact Nails nicht von unten. Kannst du ja mit der Pumpgun wegkommen. Ey, ich hab die Can ... Oh mein Gott. Ja. Ich hab sowieso nicht mehr Contact Nails. Warum zur Hölle hab ich da die Can drin? Wo hast du eine Can drin? Bei Solis. Ich hab keine Contact Nails. In seine Popo? Achso. Und unten rein gesteckt. Digga, ist kein Solis mit Can, ey. Ja. Der war geiler Hero. Die muss ich mir nochmal wieder raussuchen. Dreckig. Okay, dann kicken wir mal. Dann macht aber auch die Rotation. Leute, ne? Wenn ich schon zwei Stottis hab. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Die Klassiker-Rotation, ne? Rein, reinstecken. Wird noch ein technisches Stück gemacht? Ja, habe ich schon. So. Aber wir haben irgendwie nur sehr wenig Reinforced. Wir haben nicht mal die Wände Reinforced, äh, zum Trophy-Raum rüber, ne? Will ich nur mal so sagen. Nice. Also die könnten einfach von ... Ein Breaching oder was das ist, rüber Breaching. So, komm mal. Good Job. Oh, Amaru! Amaru, Amaru! Oben drin! Oh! Äh, hier, dieses Astro. Astro, Amaru. Toll. Okay. Wo drin? Amaru habe ich. Digga, er sagt auch noch Amaru. Ja, ich hätte sogar Amaru, äh, messern können. Warte ruhig! Nicht so viel Reinforcen müssen. Hier? Ich höre irgendwas draußen noch. Lol! Heftig, gut. Nice. Geil. Main Entwins oder was? Main war gerade ordentlich Action vor. Ja, Main Entwins ist auch hier unten. Main Entwins ist auch hier unten. So ist die, äh, jung. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Geh in den Raum rein. Geh in den Raum rein drüber. Geh rein. Aber ein bisschen Worte an die Tür ran. So, dass ich ihn vielleicht ... Wow! Hier am Fenster ist auf jeden Fall was. Hier ist was, ja. Die haben gerade hier durchgeschlossen. Jetzt wüssten sie, dass ich da bin. Okay, Fuse ist tot. Da hat auch gerade irgendwer gedrawned vorher noch mal, Wim. Lock ihn mal, lock ihn mal. Komm mal ran. Ja, aber was soll ich machen? Weiß ich nicht. Geh ein bisschen ran. Nee, der wartet, der probiert sich auch zu locken. Wo denn? Wo sind die? Hier ist Monty. Hier ist Monty. Hier ist Monty. Okay, soll ich was machen da? Wir wissen aber nicht, wo der andere ist. Der ist eine Window. Der war ziemlich am Arsch der Heide. Der ist aber nicht mehr hier. Nee, der ist aber nicht mehr hier. Bei der Window. Bei der Main Entrance, ja. Arvin, komm mal hoch. Mach mal hier oben auf die Decke. Dann kannst du hier abschießen. Die Decke da. Die Decke? Nee, nee, hab ich nicht. Ich, ich, ich. Komm mit Pumpgun. Nein, okay. Warte. Hey. Digga. Ash, einfach Pro-Player, Alter. Oh mein Gott. Ich bin weg. Stop. Ich renne. Ich kann 90s callen. Ich kann callen, wenn sie auf den Howlwills 90s sind. Monty kommt 90s Howlwills? Wir haben da noch eine... Wir kommen gleich hier rein. Vielleicht dann mach mal ein bisschen weiter. Wo ist der andere? Okay. Ich weiß nicht. Wir sehen nur Monty. Monty ist jetzt 90s. Genau auf 90s. Er droned. Nein, er droned nicht. Er droned nicht. Er hat nur Cam geschmissen. Beide. Beide. Da ist noch so ein Volcano-Gerät, ne? Ja. Monty drin. Monty Cam weg. Monty hab ich. Er ist doch bei mir, Marvin. Okay, Spielzeit. Spielzeit. Versteckt euch. 20 Sekunden. Ihr habt die Fuser, ne? Der Fuser ist bei mir, ja. Versteckt euch. Nur 14 Sekunden. Die braucht nicht picken. Der scheißes Ding. Pum, Junge. Hat keinen Schlag in die Fresse. Mute. Oh. Mega. Mute mit Pumpka, Alter. Shambles. Drei Kills gemacht, ey. Tschüss. Reicht dir ja immer. Hast du von mir das Gebäß noch mal machen? Ach, vorbei. Wir haben ja gebrochen. Ja, ich muss sagen, ich hatte Glück mit meinen SMG-Kills. Das, Monty wollte gerade planten, glaube ich. Der hat sich schon hingehockt. Da habe ich seitlich easy erwischt. Amaru ist genau in mich reingelaufen. Also, ich musste jetzt keine 20 Meter SMG-Kills machen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht hinbekommen. Naja, ich war schon, ich glaube, angehettet von mir. Müsste ein Assist haben, oder? Ja. Ich wette, wer die echt nicht angehettet, hätte sie das überlebt. Wunderbro. Weil es einfach echt ist. Ne. Ich habe Pumpgun gehabt und wir gesehen, das habe ich sogar reingehäbt noch. Also da war keine Chance, das zu überleben. Direkt pre-fired, ne? Hätte sie machen müssen. Also sie hat schon geschossen. Ja, er hat einen Hilt abgekriegt. Ja. Die hat schon ernst gemeint. So, jetzt habe ich noch zwei Traps, die ich irgendwo random anbringe. So richtige random Traps. Musst du hier eigentlich machen, in einem anderen Bomben-Spot, wo sie mal rein rotieren. Ja, das mache ich. So, ich gehe auf 90 gleich. Oh, ich will irgendwie nach unten. Einmal kurz noch. So. Spotted by Scan hier irgendwo. Da muss das C4 hin. Das wäre schon lustig, wenn ich hier einen Kill kriegen würde. Oh, warte. Hier. Über mir? Hier. Über mir ist glaube ich etwas aufgegangen. Ja, ist hier ein Fenster? Ist das... Achso, das ist hier 90, ne? Könnte ein 90-Window sein. 90s-Window. Kann man eigentlich in der Cam hier drücken? Weiß ich nicht. Wir haben 90-Window zu. Okay. Schon wieder der eine Typ da hinten. Okay. Müssen wir zurück. Ich rotiere. Diffuser! Digger. Oh, hier ist Diffuser, ne? Oh. Oh, yes. Stimmt. Oh, wollen wir da... Maverick Schlafzimmer. Probiert Diffuser zu holen. Ist da was? Die draußen am Fenster sind zwei. Da war, da war, da war, da war. Okay. Da waren zwei, ja. Wow! Hier sind schon Schlafzimmer drin! Already ins Master-Bettroom. Zwei. Zwei sogar. Beide sind da. Okay, Keeper. Loil! Digga. Hier, in Closet, in Closet. Closet. Da. Am Bett! Stetcher ist am Bett. Stetcher ist am Bett. Direkt am Bett. Closet und... Digga, wie... Wie konnten die da einfach planen, Leute? Oh, shit, ey. Ist verloren. Von hinten? Der Hälter von hinten? Ja. Musst du erstmal den in der Window wegkriegen. Ey, aber dieser Time-Lug einfach. Ich wollte einfach nur zurück on Spot gehen beim Tod. Genau in dem Moment. Ey, fick mich, ey. Ich hab auch insgesamt meine Fan-Reladung kaputt gemacht. Und dass die da einfach... Ey, wie? Wie konnten die da planen, Leute? Wie? Wie? Ich hab ihn nur noch vom Planeten weglaufen sehen. Hm... Ja, legen? Wobei... Ich bin Thorn. Digga, dabei... Ey, ich hab Iyana und Thatcher, ne, waren einfach... Die waren einfach nur tot. Die sind reingegangen quasi und... Und haben sich quasi, weiß ich nicht, mit den Händen hinterm Kopf verschränkt vor mich gestellt, und sind, dass ich ihn töten kann, Alter. Und trotzdem verlieren wir die Runde. Das ist schon echt sad. Und ich werde sofort weggefrackt, ey. Ciao. Obwohl wir Diffuser hatten, eigentlich, ne? Ja, ja. Ja, anscheinend hatten wir den nicht. Warum die denn genau geplant ist? Genau hier. Direkt in die Ecke. Ah, okay. Warte mal, dann packe ich mal hier den Camp oben mit in die Ecke rein. Hier eine Rotation bitte noch. Kann ich nicht. Äh, warte mal, ich mach hier nochmal zu. Scheiße! Wartenlos. Nicht gut gewesen. Alter, das war jetzt ein richtig unnötiger... Syslord. Syslord. Syslord, nach wie vor bitte. Einmal Rotation. Ich hab keine Pumpgun. Wie? Lol. Äh. Ah. Ah. Ah, okay. Mach die selben Rotation. Na gut. Jana geht rein. Bist ihr wo? Na ja, nicht Janas nur. Ich glaub 90's, ne? Nee. Auf dem Dach. Wahrscheinlich. Oh, ihr hatt nen Kill. Hörst du was, Delta? Ich hab Angst, dass von unten eine Granate kommt. Nee, ich hör nichts. Schade. Nee, ich soll noch reingehen. Ey, alle Fenster hier noch zu. Ich hör hier aber gut High-Steps. Jana Klon, Badezimmer. Oh, ist der, ist der, ist der, ist der, ist hier bei mir? Ich bin, ich bin der. Ach so, okay. Oh. Jana, Bathroom tot. Diggaal. Ist halt so. Jetzt klaust du mir auch noch die Killz. Outside Bedroom im Window immer noch. Okay, soll ich beim Pushen? Komm, dann push ich mal. Wir haben da leider auch Kapital. Oh, die sind schon hier am Beschild. Beschild? Was ist hier vier wieder? Nee. Ja, hier drinnen, Bathroom, Bathroom. Boah, push mich. Okay. Ja. Ich komm über Astro hoch. Okay. Er hat mich einfach weggepusht da, ja. Keine Runde leider. Aber ich schaff das. Ich hab Angst gerade. 25, ist auf Zeit jetzt. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Ich dachte du aimst die ganze Zeit hoch. Ja, ich wollte weg, weil du da warst. Hey. Oh, no way. Nein. Alles für mich, Leute. Sledge ist am Spot. Ey, Ace ist schon am Spot. Plattet ihr? Weiß er nicht. Ja, schön. Ja, jetzt. Links. Ja, jetzt. Jetzt. Ja. Nein. Ey, diese Calls waren aber... Ich hab ihn nicht gehört. Ey, ich hab ihn so links gehört, Alter. LoL. LoL. Er war so links. Oh mein Gott. Ich hab's richtig gecallt. Ey, Digga. Ich hab gar nichts von dem gesehen. So schlecht, ey. Schade, ey. Ich dachte, das ist easy gewonnen für euch. Easy win, ey. Ich weiß nicht, was bei euch dann noch passiert ist, ey. Ja, ey. Schon feindlich, ey. Der Nuki ist dann aufs Starster gestorben. Unser Mate ist da auch reingelaufen. Okay, jetzt pur Tryhard, ey. Ich dachte echt, das wird hier easy-weezy, ey. Ey, ich hab so... Ich hab sieben Kills, Junge. Du musst mal bis zum Ende dann carryen. Ich hab gerade den einen Dude gekillt, Alter. Aber in der gleichen Zeit hat mich der Ace gepusht. Der Ace. Also ich hab gerade den Kill fertig gehabt. Der hat mich Ace gepusht. Also hätte Delta vielleicht mehr pushen müssen da auf Astro. Der ist ja an ihm vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, warum warst du denn unten? Also warst du... Stattdich Attacke? Ah, ja. Hätte ich einfach ruhiger spielen sollen. Leider. Ärgerlich, ärgerlich. Aber... Ne. Also 4 gegen 2 noch verlieren ist schon... Boah. 5 gegen 2 sogar. Ich bin ja der Erste, der gestorben ist. 5 gegen 2, ey. Das ist schon hart, ey. Also es kann nur besser werden. Ab jetzt mach ich hier pur... Triad, äh... Triad-Brille ist aufgesetzt. Jetzt wird, äh, geshaft. Probier ich direkt die 90-Camp zu holen, mir Brava. Wo sind sie denn? Im Kreuz? Äh... Im Fliegerzimmer. Ich weiß nicht, wie heißt das? Nicht Trophy, sondern der andere Main-Spot. Hä? Also hier oben bei uns. Hier. Der Mute. Heavy Atom, okay. Goyo in... In Trophy? Gojo. 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 Dann laufen wir mal rein und gucken mal hier, ne? Ob unten irgendwas ist? Ich hör hier irgendwas. Also Hibana kann breachen. Ah, hier. Cavera. Hallway. Wo wollen wir denn breachen? Was heißt Hallway? Wow! Stairs ist auch was. Oh mein Gott, äh... Unten Hallway. Alter. Hier, hol mal. Hier, äh... Hier, die Cam. Black Creek Cam. Brava, wer auch immer Brava ist. Ja, ich komm, ich komm. Hab ich. Schön. Äh, Cavera ist unten im Klavierzimmer. Klavierzimmer? Ja, komm wahrscheinlich Red Stairs vielleicht gleich hoch. Digga, hier, ich auch was. Scheiße, äh, ich komm, wir kommen einfach nicht rein gerade, ne? Das ist ein großes Problem. Ich muss jetzt reingehen. Fuck, ey. Gojo ist da auf pingen. Unser Diffusor auch draußen irgendwo. Muss jetzt in die Cam gehen. Wo war Gojo? Wo war Gojo? Er war gerade hier irgendwo. Wow, Cavera und hier bei mir. Leider keine Cams mehr. Bei mir direkt. Warte, ich hab noch mehr Cam. Warte, ich draw ihn kurz. Bei mir ist um Stairs was und Cavera ist unten noch, ne? Am rumtigern. Er ist nicht auf Trophy. Er ist nicht auf Astro. Er ist nicht auf Astro. Cavera ist tot. Mhm, okay. Okay. Ja. Ja. Ist hier oben. Tiff hier. Oli. Was kann von der Umzeit? Nein. Er ist hier, äh, hier. Einser Ping hier vorne an der Ecke war. Oh, Zachary. Ich brauche Colts. Ach, come on, alter. Können wir noch was machen? Nein. Nein. Was kill? Die war Ende der Bar. Oh, ey. Shit. Ey, es läuft einfach null, Leute. Der letzte war Ende der Bar. Ja. Diese Runde habe ich einfach nicht geschafft reinzukommen. Nicht vorwärtsgekommen. Bist du da einfach reingegangen, oder? Ich war dann am Ende drin, ja. Ich stand vor dem Raum und wurde dann vor dem Raum. Rechts und links war einer. Das hat viel zu lang gedauert, also. Dix im Game direkt hab ich geholt. Viel zu lang hat das gedauert. Oh, fehlt mich, ey. Digga, die drei einziehen. Die spielen echt nicht so gut. Also nur der eine, ey, den fand ich gerade gar nicht so scheiße. Aber sonst, die spielen die alle als hätte ich mir die Hosen gekackt, ey. Mies, mies, mies. Ah, zu viel läuft auch nicht, Jungs. Vielleicht müssen wir doch dritt machen. Okay, letzter Versuch, das hier in die Verlängerung noch zu kriegen. Ah, ich hab... Oh, die haben wieder Welt. Kitchen sind die. Kitchen, dann werde ich durch den Keller gehen. Warum gehen die Kitchen und nicht Trophy, Alter? Kavira. Ach, die sind Kitchen. Oh. Ja, ja. Schön eiskalt Keller. Können die sogar das eine Fass aufmachen. Wobei, ich geh lieber Fountain. Glaube ich komm mit dir in den Keller. Wo spawnst du? Fountain. Uh. Müssen wir dann nur mal kurz abgeiern, ob da jemand draußen beached. Und dann auf jeden Fall mal rein fahren, links und rechts abdüsen. Okay. Ich bin mit meiner Drohne jetzt im Keller. Okay, okay. Dann gehen wir mal. Ich könnte auch rechts die Wand aufmachen. Ne, ist zu? Okay, dann ist hier auf jeden Fall ein bisschen Action. Ich bin gerade durchgefahren. Doch, hier ist Jäger. Auf ping. Der macht da oben auf, ne? Ist dort hier. Jäger. Jäger war auf Stairs, oder? Ah, hier, okay. Vakery war hier auf den Stairs oben. Hat auch C4 geschmissen. Ja, Vakery. Äh, hä? Ja, da ist man noch da. Wir müssen gemeinsam pushen dann. Sislord, weißt du, wo bist du? Ja. Warte, ich weiß noch nicht, wo er ist gerade. Ja, ich habe ihn markiert. Ja, sehr schön. Hier sieht alles erstmal free aus. Hier oben ist die Vakery. Hier ist erstmal alles free. Kann Stairs gehen. Kann Stairs gehen. Ne, ich gehe andersrum. Ich höre irgendwie Steps gerade. So, die scheiß anderen Stairs, Junge. Ich kenne mich einfach nicht aus, ey. Hier. Ich habe oben zwei Camps auf jeden Fall. Warte, ich kann auch das Ding schmeißen, Marvin. Ich habe unten auch Camp. Ich kann hier nichts machen. Kann nichts machen. Mit Shotgun. Warte mal, ich komme mal. Digga, dieses Schild, geh weg. Fischenblocker halt hier. Kann nichts machen. Cavera ist hier. Cavera Main Stairs. Red Stairs. Wo da? Ich bin hier im Hallway. Ich weiß, ich habe sie gerade hier gesehen. Aber ich habe sie abgehauen. An der Ecke von Mity. Wo ist sie? Ich höre sie hier immer noch. Auf den Stairs. Über mir. Red Stairs, ja? Ja. Eine Minute einmal noch. Vakery ist on spot. Hab sie. Cavera ist tot. Okay, zwei Leute. Gehen wir beide hier durch? Oder wo gehen wir lang? Auf B war Vakery. Ich kann sogar noch brechen. Oh, hier ist was. Einer hier hinter, ist die Valk. Genau hier. Einer on spot. Also Valk ist direkt hier hinter dem weißen Zeugs. Oder was? Was machen wir jetzt? Milan? Ja, dahinter ist auch was. Ich gehe kurz einmal rum. 35. Die Zeit habe ich noch. Nein! Oh, wo? In diesem scheiß Raum hier. Keine Ahnung, wie der heißt. Memorial Green. Da war sie. Borden ist links. Links in den kleinen Penisraum da. Nein! Valk ist noch hinten. Hier. Vierer Pink ist die Valk. Links, links von dir. Ah, da unten! Oh, ich hasse kriechende Ficker, Alter. Ah! Ah! Ja. Ey, so viel Action gemacht, Alter. Bei mir lief gar nicht, leider, diese Runde. Ich habe jede Runde Kills gemacht, Alter. Und, äh... Bis auf die Grit-Block-Runde, glaube ich. Ich hätte einfach ein bisschen mehr Support gebraucht. Ein bisschen... Noch ein oder zwei etwas erfolgreichere Leute. Oh! Mega schade! Unbefriedigend. Natürlich gibt es keine Ahnung. Mega unbefriedigend, Muchachos. Halt ihr solche Games auch schon? Halt in die Kommentare. Das war echt mega unbefriedigend. Daumen nach oben schmettern. Beschreibung auschecken. Danke euch für den Support. Bis zum nächsten Mal reingehauen, ne? Mal verliert, mal gewinnen die anderen. Bye, bye. Ciao, ciao.